ja hallo leute ich begrüße euch zu einem neuen video von mir mein bruder ist wieder unterwegs zum film da bin ich auch sehr froh und ja dieses jahr das erste mal wieder auf den acker wir sind gar nicht weit gefahren haben uns umgeschaut und haben gesehen ja schön alles gerade geerntet worden und freie acker überall und ja hier der ist ein bisschen verschrottet ich muss ein paar sachen anders einstellen habe die reaktionszeit jetzt mal erhöht auf drei normal war wenn ich auf zwei und ich habe ich auch gleich ein schönes signal 70er signal und das glaube ich gleich mal aus wie gesagt das signal so um die 80 rum das ist ein bisschen tiefer schön locker die erde hier ist ein bisschen was größeres schätze meine patrone nicht ganz sicher doch nur ein großes stück eisen ich würde noch mal drüber schwenken aber ich glaube das war's ja so ein 70er signal hier ist ganz stabil also ich hoffe mal kein eisen wieder ich glaube doch egal ein musketenkungel Schönes Sieb. 70er als Signal. Klingt auch sehr stabil. Klingt auch sehr stabil. Was haben wir denn hier? Kann ich jetzt nicht erkennen. Vielleicht ein Knopf oder so. Auf jeden Fall auf der anderen Seite relativ abgerundet, also keine Münze. Vielleicht ein Knopf, mal schauen. Jetzt mal Signal. 60. 53. Richtig. Richtig. Irgendwann Blei-Rest. Ja und der erste Knopf darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, so ein 60er, 70er Signal. Sehr flach. Vielleicht mal eine Münze. Schauen wir mal nach. Leine genug für Willi. Scheiße. Ja. 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 ich habe das signal gehört keine ahnung irgendein deckel eine kapsel eine dicke klumpe eiser ich habe so ein 70er signal hier vielleicht auch ein großes stück eisen ziemlich groß jedenfalls da ist es schon wieder ein großes stück eisen der erste etwas interessantere fund sieht ganz interessant aus da sind so zwei erhebungen drin und so eine riefe drin aber vom zustand eigentlich viel zu neuzeitlich ich drehe es mal ein bisschen auf die seite da ist eine verdickung wie ihr seht also wenn ihr eine idee habt bitte mal in die kommentare schreiben finde ich ganz interessant auf jeden fall ja schönes signal klar um die 80 vielleicht ist das meine münze nein eine patronen hülse schade das soll es heute gewesen sein war eine schöne erste ackertour für dieses jahr nichts tolles gefunden aber trotzdem hat spaß gemacht mal schauen wenn ich das eine teil da gereinigt habe vielleicht erkennt man ein bisschen mehr auf jeden fall wie gesagt hat mir viel spaß gemacht der acker war ein bisschen verschwottet aber ich muss erst wieder erfahrung sammeln wenn man so oft im wald war und dann wieder auf dem acker dann muss man doch ein paar sachen umstellen ich hoffe das video hat euch gefallen dann gebt mir einen daumen nach oben wenn ich mich sehr freuen schreibt viel in die kommentare aktiviert auf jeden fall die glocke damit ihr kein video mehr verpasst und ja grüß mal wieder mein kameramann das wäre sehr nett da wird er sich freuen und nochmal vielen dank so 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 so